Servus liebe Harmonika-Freunde! Heute darf ich euch eine neuwertige Harmonika aus dem Hause Alpen präsentieren. Und zwar die Hölzernähen-Ebenholz. Diese Harmonika gehört einem Kunden von mir und ist wegen Stimmungswechsel abzugeben. Die Harmonika hat auch ein Voll-Midi verbaut, somit können verschiedene Instrumente auf die Harmonika gelegt werden und man kann wie eine ganze Band spielen. Nun möchte ich euch aber zuerst mal eine Hörprobe geben, ganz klassisch mit Bariton und Harfe und einer steirischen Harmonika. So, als nächstes machen wir mal ein obergeleiner Gewintett. Und zwar, dass du ein Bitniger. Bis zum nächsten Mal. Musik Ora, die zieler doller gejge. Musik Oder ein schöner Walzer mit Akkordenbegleitung und allem drum und dran. Musik Die Harmonika ist natürlich auch ohne MIDI spielbar. Ich zeige euch mal eine Naturklanghörprobe. Musik 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 Allein in allem eine sehr gute, neuwertige Vollholz-Armonika. Bei Fragen meldet ihr euch einfach bei uns. Servus!